Das Suchtberatungszentrum 2 des AWO-Kreisverbandes Magdeburg hat in Kooperation mit der Magdeburger Stadtmission eine frauensspezifische Selbsthilfegruppe geschaffen. Das kostenlose Angebot findet jeden 1. und 3. Mittwoch von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr in der Teamstraße 12 im Haus der Sozialen Dienste Marie Arning statt. Angesprochen sind dabei alle süchtigen und suchtgefährdeten Frauen ab dem 18. Lebensjahr. Die Frauen können damit ihre Belastungen aus ihrem familiären, beruflichen, aber auch sozialen Umfeld zur Sprache bringen. Die Gruppe richtet sich nach den Bedürfnissen und Wünschen der Frauen. Kirsten Siersleben ist die Ansprechpartnerin und ist unter den folgenden Kontaktdaten erreichbar.